Allzeit moin, herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde zu einer weiteren Folge von Phasmophobia hier auf dem Kanal Gibi. Ja, ich habe gerade reingeschissen, ich habe gerade schon eine Folge aufgenommen und habe vergessen Aufnahme zu drücken. Es lief, also ich will euch nicht anlügen, es lief fantastisch. Ein Hantu war es gewesen gerade und wir haben es rausgefunden, sind erlebend rausgekommen, ich habe sogar ein Foto vom Geist machen können. Ich ärgere mich gerade des Todes, dass ich es irgendwie vercheckt habe mit der Aufnahme. Ich weiß nicht, ich habe Aufnahme gedrückt, aber irgendwie wollte er nicht aufnehmen. Wie erkennt man es noch, da ist so ein bisschen der Geist zu sehen. Wir waren im Farmhaus und es war richtig ätzend ins Farmhaus zu gehen, weil ich die Aufnahme gerade verkackt habe. Würde ich sagen, wir gehen trotzdem noch mal ins Farmhaus und wir sehen uns gleich dort meine Lieben, im Grafton Farmhaus. Bis gleich. So meine Lieben, wir sind angekommen. Wir haben Ronald Shawcross, müssen ein Foto von ihm machen, Zeuge eines Events werden und ihn durch Salz wandern lassen. Das sind gute Quests, gerade hatten wir nämlich Jagd und Kruzifix und Tralala. War nicht ganz so angenehm. Wir haben uns natürlich nicht jagen lassen. Ja, wir nehmen unser Standardzeug natürlich mit und schauen direkt mal, wo der Breaker ist. Also, das sieht ganz so aus, als ob der in der Küche wäre, in der Abstellkammer. Das sieht ganz so aus, als ob der in der Küche wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil diese Map-Ansicht hier, die verwirrt mich ein bisschen. Versuchen wir uns aber mal. Ja, gerade war es ein Handtou. Hatte ja auch schon fast in den ersten drei Minuten erkannt, weil es war einfach minus 20 Grad und das macht eigentlich nur der Handtou. So. Wir waren gerade eine Viertelstunde auf der Suche nach dem Sicherungskasten hier. So, läuft die Aufnahme? Joa. Oh! 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 Er hat uns herzlich willkommen geheißen. Jetzt habe ich aber eine Gänsehaut. Also, ich finde die Geister nicht gruselig, aber wenn man diese Schritte so hört, dann ist das doch schon sehr... sehr immersiv. So, Breaker haben wir. Ich habe seinen Namen vergessen. Das war nicht weiter schlimm, glaube ich. Hier haben wir ihn gerade schon. Zu Gesicht bekommen. Okay. Ja, gerade war es, äh... Easy peasy. Mr. Breezy, der war gerade nämlich im Wohnzimmer. Buongiorno, Johnny Porno. Wo bist du? Hier nicht. Und gerade hat er auch die ganze Zeit mit dem Ventilator gespielt. Oh, unangenehm. Diese... Uäh, diese Gardinen. Uäh. Ikkelhaft. Sieht unauffällig aus. Sieht alles sehr unauffällig aus. Da hatten wir es gerade ein bisschen leichter. Aber es sollte nicht sein. Nicht in diesem Let's Play. Ich frage mich gerade, hat das gezielt als Geisterfoto, was wir da geschossen haben, das Bild. Wie sieht es mit unserer Sanity aus? Ist die jetzt schon hart in den Keller gedroppt? Ah, der Knochen. Das ist schön. Den haben wir gerade nicht gefunden. So. Schon mal wieder 20 Dollar in der Tasche. Nö, nix. Nix und wieder nix. Wird ja Sinn machen, wenn er in der Küche wäre, ne? Aber es ist ziemlich warm hier drin. Oder direkt hier. Ui, super. Gefrierte Temperatur im Sicherungskastenraum. Das habe ich ja sehr gerne. Dann haben wir es nicht so weit, wenn er da rumspielt. Wisst ihr? So. Gut. Raum haben wir. Den ersten Beweis auch. Gefrier. So, Gefrierte Temperatur. Und du bist kein Spirit. Mit Sicherheit nicht. Fotos. Knochen. Interaktion. Ja, okay. Wir haben Interaktion drauf bekommen. Ihn selber leider nicht. Aber wie wir gehört haben, ist das ein schwerer Geist, ne? Die Fußabdrücke, die Schritte, die waren sehr laut. Oder der hat seine Stepptanzschuhe an. Wer weiß das schon. Äh, ja. Roto vom Geist. Hätten wir fast hinbekommen. Auch nur fast. Wurden ein paar Überreste gefunden. Ja. Ähm. Roto vom Geist. Salz. Okay. Äh. Ich verteile mal eben die Kruzifixe. Wir sehen uns gleich. So. Kruzifixe sind verteilt. Einmal hier an der Matratze. Und einmal hier direkt am Eingang. Ich habe gerade schon überlegt. Falls er anfängt uns zu jagen. Das ist mein Plan. Hier einmal durch den Flur. Line of sight brechen. Und dann dahinter das Regal. Ich weiß, das hatten wir schon mal versucht. Aber irgendwie haben wir ein bisschen reingeschissen. Der hat uns direkt gefunden. Weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist. Äh. Wir nehmen mit. Das Buch und das Radio. Ich sag da immer Radio zu. Ist es ja im Endeffekt auch. Das ist nur irgendeine Frequenz, auf der der mit uns redet. Direkt nach WDR 4 kommt der Geisterkanal. So. Schreib in das Buch. Bist du da? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie gruselig ist diese Puppe? Wo bist du? Mach mal Licht aus. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Warum bist du hier? Keine Lust zu reden heute. So. Und wieder an. Okay. Weiter geht's. Ich hab gerade so ein ganz ekliges Knacken gehört. Man muss ja auch sagen, Sounddesign hier ist eins bloß mit Sternchen, ne? Muss man ja nun mal wirklich sagen. Okay. Der Sicherheitshalber nehmen wir mal eine. Und schauen direkt mal mit der Cam, ob wir einen Dottie haben. Dafür sollte ich den Dottie auch mitnehmen. Glaube ich. So. Oder nur ab. Das könnte ja beides sein, ne? So. Dafür machen wir mal kurz das Licht aus hier. Und wir haben einen Orb. Tatsache. Ist das denn wieder ein Hantu? Das wäre ja famos. Ist aber eigentlich noch nicht tief genug die Temperatur, oder? Es könnte tatsächlich theoretisch wieder ein Hantu sein. Wir hatten nämlich gerade Fingerabdrücke, Orb und Gefriertemperatur. Wenn das jetzt wieder ein Hantu wäre. Im F5 kann es nicht sein. Die anderen könnten es schon sein, meine ich. Ah, das ist wieder schwierig. Das wäre witzig, wenn wir zweimal hintereinander ein Hantu hätten. Sanity frisst er nicht. Das finde ich ja sehr gut. Bruder vom Geist. Ja, tralala. Wir müssen erstmal ein paar Beweise sammeln. Wir gehen jetzt mal hier mit hin. EMA 5 kann es nicht sein. Noch ein Buch. Macht keinen Sinn eigentlich. Deswegen nehmen wir mal eben das Salz noch mit. So, da sind wir wieder. Wir gucken mal eben, ob er was angegrabbelt hat. Ah, er hat den Sicherungskasten angegrabbelt. Und auch gleich die Tür wieder zugemacht. Du Sauhund. Uah. War nicht so gemeint. War nicht so gemeint. Ich hab dich ganz, ganz lieb. Mein kleiner Hantu-Freund. Mein kleiner Hantu-Freund. Du und ich, wir sind Freunde. Ja, also das hatte ich in der ganzen Phasmophobie-Karriere noch nicht gehabt. Was haben wir denn überhaupt? Fingerabdrücke. Schon wieder ein Hantu. Super. Ja, versuchen wir gleich mal ein Foto von dem zu bekommen. Salz kriegen wir sowieso hin. Die V-Lampe liegt. Salz liegt. Wir brauchen eine Kamera. Können wir eigentlich gleich zwei mitnehmen. Ich muss irgendwie ein Foto von dem Lümmel da besorgen. So, nehmen wir mal beide Camps mit. Er hat sich ja gerade schon gezeigt. Und ich hab's auch gerade schon erzählt. In Sunny Meadows hatten wir auch mal einen Hantu. Äh, der hat den Breaker ausgemacht. Und wenn das passiert, dann sind die sehr aggressiv. Deswegen bin ich auch gerade so froh, dass der Breaker hier im Geisterraum ist direkt. Mehr Glück als Verstand, wie immer. Ihr kennt mich. So, wo ist die UV-Lampe? Haha, du hast die falsche Lampe erwischt. Würdest du halt mal bitte durch das Salz laufen? Heißt der Kollege dann nochmal? Ronald. Ronald McDonald. Ist du hier? Sag mal, Ronald, bist du jetzt hier auf den, auf den Werkzeugwagen draufgeklettert oder was? Interessant, Ronald. Ronald McDonald. Der Ronald. Kennt ihr jemanden, der Ronald heißt? Zeig dich. Ronald. Ronny. Ronald. Ronaldinho. Bist du hier? Okay. Ja, mit dem Foto läuft ziemlich schleppend. Ich schmeiß nochmal eben ein Tabletchen ein. Vielleicht schaffen wir das ja hier mal, ohne drauf zu gehen. Das würde ich mir wünschen. Foto vom Geist. Ja, das müssen wir noch hinbekommen. Zwei Foto-Plätze haben wir noch. Wie können wir den denn jetzt so ein bisschen erdern? Gehen nochmal mit voller Sanity rein. Und dann provozieren wir nochmal so ein bisschen, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas, was uns irgendwie was nützen würde? Nö. Nicht wirklich, ne? Das verfluchte Objekt haben wir auch noch nicht gefunden. So ganz ohne irgendwas will ich jetzt aber auch nicht reingehen. Ich nehme einfach mal die Stäbchen mit. Nur so, ihr kennt mich. Jetzt hat er auch nur noch zwei Bilder drauf. Hätte ich mir sparen können. Bist du hier? Bist du da? Wo bist du? Ronald. 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 Ich habe Angst. Ronald. Shawcross. Ronald. Shawcross. Ronald. Shawcross. Ronald. Ronald. Bist du hier? Ronald. Das ist eigentlich im Wald. Ronald. Zeig dich. Ronald. Gib mir ein Zeichen. Ronald. Shawcross. Ronald. Also mehr provozieren kann man, glaube ich, gar nicht. Ronald. Gib mir ein Zeichen. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. So ein Kübis hat er sich ja jetzt erst. Ronald. Ich würde gerne ein Foto mit dir machen. Ronald. Dein Bass ist abgelaufen. Wir müssen ein neues Bassbild machen. Sonst kannst du in der Geisterwelt nicht mehr verreisen. Ronald. Nicht sehr fotogen, der Kollege Ronald. Ronald. Komm, Ronald. Ich mach sogar das Licht aus. Extra für dich. Ronald Shawcross. Ronald Shawcross. Ronald. 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 Frühstück ist fertig. Ronald. 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 Ronald Shawcross. Einmal bitte in den Werkzeugraum. Ronald Shawcross. Deine Eltern suchen dich. Ronald. 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 Komm, Ronald. Ich mach den Ventilator an. Dann kannst du deine Haare im Wind wehen lassen. Richtig sexy Foto. Ronald. Ronald. Komm, zeig dich. Eine Interaktion. Danke, Ronald. Ronald, jetzt zeig dich. Du warst da gerade schon am Hämmern. Habt das doch gesehen. Ach, Ronald. Musste das jetzt sein, Ronald. Lass doch das Licht an. Ronald. 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 Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab alles gegeben, Leute. Ich hab einfach alles gegeben gerade. Tschüss, Ronald Shawcross. Gut, wir leben noch. Auch schön. Wir hätten, wir hätten aber gerade fast das Foto hinbekommen. Direkt am Anfang schon. Aber ich hab wahrscheinlich in die falsche Richtung geblitzt. Irgendwie. Gut, was haben wir? Tausend Fotos. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Wunderbar. Interaktion ist auch mit drauf. Es ist ganz sicher ein Hantu. Ja. Ab und zu muss das ja auch mal gut laufen hier, ne? So, da sind wir. Ja, es ist tatsächlich ein Hantu. Wer hätt's gedacht. Das verfluchte Objekt haben wir nicht gefunden. Das ist ein bisschen schade. 117. Zusammenfassung. Interaktion 23. Ereignisse 3. Zeit im Geisterraum 5 Minuten. Gesamtzeit Viertelstunde. Ey, ich war noch nicht fertig. Ey, ich wollte mir nochmal den Ronald seine Statistik angucken. Zurückgelegte Strecke. Ich. Kilometer. Der Ronald. 400 Meter. Faule Sau. Gegenstände 2 bewegt. Tür 19. Mhm. Ja, der Ronald, der war so ein bisschen faul irgendwie. Zeit im Lieblingsraum. 15. Er war die ganze Zeit da drin. Und hat sich nicht gezeigt. Na gut. Na, das lief doch mal fantastisch. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne mit einem Like unterstützen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Gerne ein Abo. Es werden jeden Sonntag ganz sicher Videos kommen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.